Hey Leute und herzlich willkommen zum Sommi Modus von Call of Duty Black Ops 2 mit mir spielen der ZDG 2010 Fox Rider Fox 3 und Max Mustermann 1 schon ein bisschen auffällig dass immer die gleiche mit dem Spiel ein bisschen NUT und wir spielen die DLC also das DLC Map Pack wissen das und ich immer gleich mit der Karte in die LZ großer Sprung nach vorn der E-Wahl hat die der E-Wahl ist die Reis die es ist deutsch wenn er die gleiche Kurs Dankeschön 3 2 1 der Bühne er also die spielte und nun in der rechnung so nach zwei mal also ihr großer Sprung nach vorne auch wenn es 21 das erste Mal habe ich nur verkackt weil ich muss ja nicht durch lange gehen musste es war ich wirklich und das war für zwei Minuten und ja ich hoffe diesmal nur ein paar 20 Stunden aber gar nicht alles also jeden Ort entdeckt Erkunden nimmt man jetzt die Teil der Schöne der Stromausnahmsweise schon an wäre er wusste nur dass es hier ein Lügeleiterin ist ein bisschen Schock gilt im nächsten Raum sind die hoch und runter was nur da Max ach da müssen wir haben es schulden wir können mal sehen so die Landschaft mit dem Stern an von Schöne macht denn das ich krieg ja einfach zu dem vor wenig gemüttert ich wollte schon sagen gut auch hier ist ja jeder hast dich mit dem falschen angelegt was dann geh du da hinten hin und nicht der Pia guck hier oben da passiert nichts er ist ohne 2 hier hier so sieht der Blase-Bike aus es hat ihn was Blase-Bike wenn ich hier bis hier ich hab den Motor so ist es kann das nur sein denn hier ist die Fahne wo muss die Fahne Danny hier hier lang hey Danny, bist du ja nirgert aber auch hier ist die Fahne naja Danny hier warte doch mal ich muss mich kurz noch mal präsentieren hier ist die Fahne Danny hier ist die Fahne wenn du jetzt einfach weiter geh komm jetzt er hat mich gekratzt ich brauche etwas selber weg, komm ab nimm das heim her okay kannst du dich nächstes Mal an gewisse Hygiene-Regeln halten viele Krankheiten werden durch Büro und übertragen Nein, hab ich doch aber ich hab auch schon den aufgekauft Sie müssen erst den Strom aufhören obwohl es kann sich kämpfen bis zu die PDWs ah, PDW, okay ne, ich gab mir schlecht PDW bis hier ich bin schon mal der Kiste kann ich hier runter? warte, komm mit runter ohhhh nein, Küssi 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 ich baue mal schon mein Kalierer, ja du wirst sterben ja da musst du extrem aufpassen ja, letztes Mal will ich da auch mit der Exmole war ich tot jo, die hat mir jetzt mal die PDW stirb ja Biest Ey, jo, do Insta-Kill dumm-dum-dum ich denke ich zeddy, blem mal biegen mit oben, oder? ja, ich will die PDW haben also warte mal, dann hast du dir mal ein paar Kills hier kommt einer da fällt der Punkt oh, genial wenn du das anfühlt, das zu sagen Bei mir ist Ena, bei mir ist ein Zombie, Sally. Jode, bei der PDW, Sally. Ja, was sind wir ruhig? Wow! Ich bin ja hier runter. Scheiße. Wie du mir, so ich dir, wie schon im Bus. Ich hasse es, berührt zu werden. Also lass dir das besser bleiben, klar? Maximale Munition. ich habe maximale Munition angesammelt bei der Kiste, ich bin jetzt bei der AN ja da ist der mich übersprungen ich bin jetzt das ist kacke oh ja, AN ja, das bischen da ich hab die K40 ein freier Mann jetzt ja, ich brauch's mal den Motor an, Max ja, ich hab' einen kleinen Motor an die Bode die Fahne kann ich auch anbauen passt wie angegossen ich glaub' nur, der Blauweil, Max, den du hast, ne und was kann man dann damit, damit machen? SCHMEINE! hu, danke für die Pause! ja, das ist gerade der Bruder, kann man die Zombies, wenn keiner gut geht, nun sich selber ja, und du kannst auch dann spielen aber ich hab' ja gesagt, du kannst dich auch selber wegkennen na, gut da kommt dann die Lagerung, wo ist er mal ne, ach da, ok Max, komm, Alter, hab ich so richtig springen uuuhhhhhh ne, ich bin schon weiter, ein, schrochener Punkte ach so, dann sind wir beide zusammen, das schon bald wo geht's? uuuhhhhhh 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 kann man darüber, Zeli? kann aber keiner, ich hab' da, 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 ich hab' da echt, adapt dato Ach, ich hab' da, ich hab' da, ich hab' da. Ah, ich bin richtig ein bisschen ja, 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 ich hab' da, hier ha' da, ich hab' da, ich hab' da, der Zombie verf kullt abzone wurde ich werde immer bei uns bei euch hören auch der Tod nur zwischen bei der 1 ich höre auch gleich natürlich kohle und wenn ich kommen wenn ich komme und dann wird ja auch hier bin ich glaube und ich habe noch nicht kaufen die Waffe der Grunde und hier schon mal zum Strom ja wohl ne ist scheiße ich möchte mal ein bisschen so die Aussicht genießen ist der Kilder küsst euch ja eh keiner Messerrunde, Messerrunde für euch alle Dein Blut ist auf mir! Desinfizieren! das ist der Vorteil da, endlich bewegt das in die Flöcken! 160 Punkte brauche ich! das ist ein Zombie! Messer, ne? dann kriegst du mehr Punkte! ja, aber ich habe hier Kiel! Scheiße! Welch süßer Klang, wenn eine Hand applaudiert! so, mal den Kick jetzt noch so ja, komm! ja, auch immer Punkte! kann mir die holen! also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man die A490 und die PDW hat, weil das sind eigentlich auch ein Multiplayer! das ist so gute Waffen! oder? so, mit PDW und A490 ja, wo seid ihr jetzt? mit meinem Strom drin! du, ich weiß nicht, wo das Strom ist! du, ich wüsste auch schon vor allem, wo das Strom ist! ja, ich würde, uh, ja komm mit, Danny! sag mal nicht da runter! ja! komm, nicht da runter, da kommen die Dinger an, gell! die müssen das Ding zusammenbauen, um das andere! die wollen von einen Walten gerade zum anderen! o, oder ja, der heißt, zu verteilen! ...... hoch! so! Wie viel muss aufhören?! was ringg? wir hatten das nächste Geld! mit ja ja dann macht ja welche bieber dies hier ist ja auch das ist was sind das herunter macht die aus wie kommen wir zum ich habe kein aber die weltweite bankenverschwörung hat sich so viele er hat dies leisten Prozent das heißt er hat aber auch wenn wir in der Flasche ich habe eine Flasche aber nicht immer hier anzubauen und die Brüder der Heide für die für das Katapult dann aber wieder ein Chrissi warum ich hab das schon angeboten wir haben das schon alles angeboten Scheint sie, dass der Teil noch nicht an den Baut hat, Max. Wann sie? Nur ein bisschen zu hochstängig ist, ist die Notstärke? Der kommt aber auf die Liste! Doppelte Punkte! Damit ihr mal auf die PDW hört. Hey, mach mal auf hier! Die Schüsse der Wache? Ich brauche diese Drinks sowieso nicht! Wir hatten hier die tausend Punkte. Mach mal das doch noch weg. Da hatte ich recht. Dann kamen wir gleich mal wieder. Dann kamen wir gleich an den Baut. Das war schon mal in den Baut. Ich habe gerade noch reingegangen. Ich bin nicht allein hier. Naja, wir beide sind gleich unterbringend. Ich habe noch einen Kronik. Ich drehe mich um. Einmal die so etwas ist. Doch, ich drehe mich um. Ich habe das vielleicht wieder frei. Oh, ja. Ich höre mich um. Ich höre mich um. Ich höre mich um. Ich höre mich um. Kobi Messer dass sie durch auf einer Treppe hier ist er gepannte ein Bild noch auf dem Glück der Fall steht gerade noch eine Form und auch die Joghurt ja doch auch wieder wollen wir wieder rüber der Nürnberg und jetzt runter Prozent letztlichen Sprungbrett kommen wird nur daten von der Tübung und Elkart mannigen zusammenbleiben weil die Dinger lassen wir den letzten und die Artikel schon geheilt immer so hier zu ihm kommt Rundlein er muss das letzte Teil für die Schleimschiedermaschinen Eintracht bei Zukunft Gott. Äh. Ich glaub ich hab hier die letzte Zombie. Einer ist noch. Ja, das wär mir. Och Mann. Okay. Weil wir müssen warten, dass die hier sind. Also oben jetzt bei uns, oder was? Weil... Ja, ein bisschen oben. Achso. Weil die... Die komischen Schleimdinger, die ziemlich... Warte, das sind Schleimdinger. Was ist das, was? Nein, die komischen Typisch da, die da hin und her springen. Aber hier bei mir ist Oma Römer. Na, ich will mein hier, ja. Äh. Oh, Moni! Sag mal, na. Hab ich. Mag? Ja, hab ich. Ja, das Teil ist ja nicht an Schleimdinger. Genau, Mann. Ja, das muss ja aber sein. Jesus, so sieht er nicht aus. Maximale Munition! Was freit mir hier so rum denn, Bob, Alter? Dann kann man seine Mutter ficken hier, ne? Handy, Alter, wo müssen wir schon wieder? Ähm. Nein! Das wird schon wieder noch. Was? Eseltritt? Eseltritt? Was denn das? 4000? Eseltritt? Ach, drei Waffen, oder was? Kann man da nehmen. Ja. Ja, aber Chrissy, äh... Ja, wesentlich. Chrissy, äh... Chrissy, bist du runter, oder? Guck schon, ja. Chrissy, Danny, habt ihr einen Teil? Nee, ich hab den Teil. Nein. Aber ich hatte schon einen Teil. Ich hatte... Bei mir... Bei mir... bei mir... aus, ja. Jut. Ihr habt den Teil eingetauscht. Na, angebaut. Kann man den Teiler eintauschen aus? Ey, ihr habt Pick-a-Punchen, gerade wenn du. Jaja, weiß ich. Jaja, weiß ich. Scheiße. Ja, die sind total krank auszünden. Ja, ja, sie... Ich hab kein Geld. Aber die weltweilte Bandenverschwörung kann sich so viele Zombies leisten, wie sie wählen. Das soll für ihr sein. War's? Was? Ha hier, ich hab' ja da Angst, ich hab' doch versteckt. Ich hab' seit langem Kind von mir sehen, da wird da sein Problem. Nein, du hast von mir nicht mehr so lange. Für noch meinen Datenbank. Weil bald kommen noch mal, der das ist aus. zum Dach ja noch so und nur nicht Prozent wir sind ja noch er hat auch aus der weiter muss sich aus er braucht ein paar abzweiten Prozent möglich wie viele Leute das erste Jahr Echt aus, oder? Ey, die geht hoch! Nein, Chrissy! Chrissy, nein! Brinkt mir ihre Seele! Wow, nein! Kommt her, Mann! Ich kill euch alle! Na ja, meine PDW, so lange gegen die, die ich folgen hat, kommt folg mir! Kommt mit, kommt mit, kommt mit! Ich sehe dich, üble Springbestien! Kommt her! Kommt! Ihr geht mit euch spazieren nicht ein Dreck! Entwickeln sich diese Dinger weiter? Oder seid das ganz normale Mutationen? Ach, ne! Wenn ihr, ähm... Ah, Alter! Wenn wir das Wohnmesser haben, und nur Messer, und nicht ein Stück was geben, dann können wir extra... Warte, was ist das für ein Teil hier? Was ist das, Max? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Komm, komm mal hier hinten! Das ist nicht gleich ein Stern! Nur Messer, nur Messer! Nein, das geht nicht mehr! Ich kann jetzt nicht... Kein Schuss an abgegeben werden! Wirklich kein... Alter! 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 Da rutscht einfach so. Alter! 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 Daniel presque mal wie so! Tatsommeln! Da dreht mich hier so einfach um! Ich guck, wir haben drauf die Erbait mit den Jennifer dependent. zuvor der Wecker so unendlich mit dem Markt oder ein Scheiter an hatte die Kinder hat er feiert die Beschuldigung das ist nicht wichtig werden die Lüge der Leer aufbauen die ist mehr ja ja ich habe geschafft und ich hatte nachher wir haben eine Art in der Europapel hier zu lernen man die 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 so Prozent ich habe sie überlegt Leute ich habe sie überlegt muss das rüber die Glock nicht man nicht ja ich komme der Forschung okay dann wir wollten sich wieder ins Leben doch der Probe ich habe mir einen Rand Vielleicht sollten die physisch gesegneten Mitglieder der Gruppe dieses schwere Ding tragen. Deine Gliedmaßen wurden um 25% reduziert. Sollen wir 50% daraus machen? Juhu. Ah, so. Alles klar. Dann kannst du wieder rüber, ja? Ja. Wow. So. Und Tim hat auch wieder ein Zimbau und damit er auch wieder rüberkanzelt. Der kommt ja sowieso da drüber. Haarstuhl. Komm. Nee, kommst du nicht drüber. Setti, komm mal her. Nein, auf aber einen anderen Weg. Ich will mal, ich kann, was ausprobieren. Stell doch mal hin. Stell doch mal wieder hin. Setti. 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 Doppelte Punkte. Setti. 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 Na ja, das kannst du wirklich so ein bisschen laufen. Tut's gut. Setti. Setti. Aja, kack dir, jetzt kommen die alle zu mir hier! Setti. Setti. Ja, Max, wir kommen da jetzt nicht mehr lang! Oh ja. Setti. Kommt dir in den Zwarstuhl. Max. Das ist vor ihm, bis da! Ja, Juggie. Juggie, komm. Juggie, komm, Papi. Wo ist Juggernaut? Bei mir hier unten. Ja, bei ihm unten. Ich komme auch gleich mit Juggernaut hoch. Ich will das Boden jetzt haben, da brauchst du nur einmal ein Messer, ne, bis 110. Ich dachte, ich hab schon Juggernaut. Willst du dir bloß nichts ein? Wir brauchen alle Juggernaut und mit der nächsten Runde müssen wir dann die Messer haben. Wir dürfen keinen Schutz haben. Hast du gemerkt, dass es nicht stimmt? Woher willst du, dass die den typisch wieder in den nächsten Runde kommen? No, mal tun Sie bitte. Das Juggernaut dauert. Wird so fahren können, Juggernaut komplett hoch. Ja, ich hab keine Muni. Ich hab keine Punkte. Jo. Juggernaut. Der in den Augenblick, Zombie. Meine Schmerzenfindlichkeit ist erheblich verringert worden. Nee, der braucht noch zu lange. Buddy. Immer noch vier Punkte. ja ich werde mit der Dächtigung noch heute ist es wohl in der Nähe geht es ja nachdem er ein paar Schwellen reichlich im Oberbettel Prozent der Unterhaltung der Beckenheit ich habe nur wieder Punkte für Spohlenmesser das ist schon lange und er hat es wieder weg aber wenn wir uns vorhanden der Städte von 5.000 m wer hat sich um Staunen wir müssen nun damit wenn man das Zeug so rumliegen lässt könnte jemand kommen und das klauen und das könnte ich bin ja da du Opfer komm her los ich bin ja war ein Jahr ja alles mehr wenn wir uns erst auf der Box 3 mit Zeddy in der ich bin in der Wand auf wir haben die Verliebungen auch gut Achso, okay, ich bin jetzt in der Punte. Wirst du fährst du? Ja, ne, ich hab hier Muni, Alter. Jo, Muni, nachlang! Ja, jetzt reiß! Ja, jetzt reiß! Maximale Munition! Hör, ich hab hier, ich hab hier Muni! Nachlang Muni! Ach, denk nicht mal dran! Schreiner! Oh! Gott sei Dank! Gut. Aber so ist es zu sehen. Aber schon noch, oder? Ja. Ich hab auch Zähne. Nur du, 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 du. Genau! Geht nicht. Nicht anfassen. Ja, Ma, ich würde da gerne, sehr gerne, ungern, gerne rein springen. Ma, ich würde dich, dich da gerne mal herzlichst, um mir nur das Messer zu kaufen. Es gehöre eins. Offenbarf typejekt. Was macht dich nicht? Ja,mlet. Ja, das hast duomb選en. Bate, komm der mit TikTok drin. Jetzt könnt ihr euch das Messer holen! Sie können hier, da die Sp allocate machen. Ich bin Jared Show, man. Und hier retiret Traktor. hier und hier ist er ein paar Schuhe auch schon mit wir haben die Punkte auch in die Welt war die Punkte erhält er noch gleich ein und da wir haben auch da bin ich ja auch der Bräder ein er ist erkehrt gewohlen das heißt jetzt kommt er vor Ort und das war seit Jahr kommen ja was er an der Welt der Lerner mit dem Herzen der Hand zu lassen wenn man die Klänge kommen dürfen wir nur Mecklenke ein Schuss nachgeben wenn ich dann auch ist ja alle in der Klasse aber ein Blitz und ein der Euro hoch ab und ab und ab egal ob der Zollte wollte gerade aus einer anderen Fahrstuhl von oben aber von Noten nach oben und hat in der Zeit bei Schüttemberg die Arme der Einwürger Pantel die GmbH wirklich wohl lieber der Aktion 60 60 oder 80 hat er den Kurs so wie das war auch mal so viel wie sie haben abhängen die wir alle haben über den die Brüder mit dem auch mit erweiternd machen die sind weil er nicht in der Karte und ein paar er will kann ich nicht nur ein Mann hat aber nichts mit der Hautfarbe zu tun Ja, klar, ich kann mich hier nicht mehr machen trotzdem schließlich wie man ein bisschen an den Punkt ich brauche noch 800 Punkte, ich brauche noch 800 Punkte, dann kann ich mir das noch mehr ab Rache stinkt! Genau wie Rassman übrigens wenn ich habe in der Bibliothek umgekehrt dann haben wir ein Markt nachdenken ich bin der 1 zählst aber auch immer noch viel schmerz und der letzte ist da immer noch nie ein Zombie da wird er in den U-N-Ton-Mitglied da hat man nicht bieten wartet man nicht schiefen nicht schiefen nicht schiefen nicht schiefen der Beine jetzt kommen nicht schiefen wir kommen Ja, mach ich noch nicht. Ja, okay, dann könnt ihr noch die. Ja, dann könnt ihr noch die. Kenn ich genau um, ja. Und wie finde ich die PDW besser? Na kommt schon! Dann zeig ich dir nochmal das wirkliche in den Seiten. Wenn ein Fahrstuhl kommt, dann muss ich nicht noch die. Denk nicht mal dran. Oh! Ohne deine Hand werden diese langen, einsamen Nächte noch einsamer! Also mein, äh, mein wäppiger Charakter, ja. Der hat ein paar verwerte Sprüche auf sich, aber der hat ja auch nicht. Oh, kleiner Wut. Oh, geil, 800 Punkte. Das ist richtig geil. Ne, war nicht, Yonat. Hör, Yonat! Oh, da war's ganz knapp vorbei, ey. Die der vierten Punkte. Scheiße. Als ob's denn nen Haufen Punkte, Mann. Alles so schön geil aus mit diesem Fass-AB-Kabel. Weil drunter steht's hier. Ja! Bäm! Wie du mir! Soll ich die Messer holen? Nimbus! Ich hasse es! Berührt zu werden! Also lasst ihr das besser an! Ich hab's denn! So, aber kann man sich hier noch Schönes holen? Ich leide hier! Ich leide hier! Ich kann punchen, Jey. Ist die Punch-Fanschine da, ja? Nein, noch nicht, aber ich kann... Bleib liegen, du Dreckst! 2 Punchen! Oh, da war ich um die Punch-Fanschine! Ah, wer etwas anfasst, muss mit den Kanz-Fanschinen! Ah, wer etwas anfasst, muss mit den Kanz-Fanschinen! Kanz-Fanschinen! Ja, ich punch die, die nicht punch die! Ja, ich punch die, die nicht punch die! Ja, ich punch die, die nicht punch die! Ich will die PDW, aber die PDW ist geil, Mann! Ah, wer etwas anfasst, muss mit den Kanz-Fanschinen leben! Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Ja, war der Schaden, der Dünschkeitskommt! Ja, warte mal, wo seid ihr? Kommt mit! Hier! Kommt mit! Pansen! Pansen! Nein, komm! Messern! Bringt mir Ihre Seele! Bring nicht an! Dann sehen wir ja, was passiert! Los! Guck mir hinter, wer ist denn das? Bon App! Guck! Wie selbst verdächtigt, ich bin ganz so langsam! Merci, im Kanz. Ohr! Was war das? Wo, 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 wo wirst du deine Waffe hast? Ja, ich brauch keine Waffe! Hä? Wo, wo ist denn seine Waffe? Nein, die, die darf auch nicht geschossen werden. Keine Waffe da ist ja. Ach so! Wann ist das dann? Ja... Häääääääää... Hin auf jeden Fall, mitiner Waffe. Der hat ja nicht so gefüllt, sagt er. Dann kratz ich zurück! Aber jetzt nicht sterben, wie mit einer Messer. Ich kann nicht verstehen, ich hab auch Hunger! Dann kriegst du kein Geld zusammen. Maximale Munition! Mehr Geld auf! Ich kann 3 Waffen! Ja, also ich kann schneller, mehr Waffe nachligen! Diese habe ich schneller! Ich hab schneller wiederbelebt! Ich hab 3 Waffen! Ja, das Ding! Ich hab 8100 Punkte! Das ist das! ja ja wir werden auch ich weiß ich kann aber gleich meine Waffe punchen was punch ich denn? ich glaube ich punch meiner Bidi Bidi ist echt gut Insta-Kill ich kick dich nicht denk nicht mal dran und ne 12 sind da dann ist das dann stehen wir schon ja ca. um die 30 Minuten ich mach das durch, also durchgängig ja ja ist alles ok wir müssen das weibliche Bild beschützen das weibliche Bild muss beschützen nicht mit dem Staub ey Peke Punch kommt gleich weiter hinter die hinter die ups hast du das Teil noch gebraucht? KABUM! jawoll ich bin zwar hoch hier, das scheiß Fahrstuhl wir wollen bisschen alle punchen Leute, wa? ja wieder mal ach ich kam als erstes drin nicht hier oben wie viel Schuss? wie viel Schuss? wie viel Schuss? wie viel Schuss? ja ich habe immer nur 50 Schuss mit der PDG warte ich habe auch noch ja ja ich bin der der die 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 Pfeke ja ich kann auch wenig schneller laufen dort naja jetzt sind wir ja im Süd eigentlich jetzt haben wir Hüte Waffen und Hüte Punkte kratz du mich, dann kratz ich zurück also ich guck mich messern noch ja ich schick dir mal zwei mal messern reicht da aus Leute also ihr könnt eigentlich nur messern noch ein paar Muni gehen nur gucken, nicht anfassen was nur gucken, nicht anfassen du hast das vermasseln was aber mehr kann man eigentlich sicher machen oder Max, außer sich alle Perktofen ne also es gibt kein Easter Egg oder was? wie will man nicht mehr überleben? jetzt ist eigentlich nur noch wie lange man überleben aber wie wird viel überleben richtig eh man kann sich richtig unten laufen ne also da wo die PDV ist da könnte man gleich ein bisschen nochmal sein eigentlich hätte man hier nicht aufkaufen dürfen die werden hier unten aufgekauft ich eigentlich darfst du hier unten nicht aufkaufen doch, die werden hier durch den Talstuhl da hochgekommen also von daher welche ist die da? Pekepunch? jo, für die A1 ich kann doch nicht Pekepunch aber was ist denn eigentlich wenn du jetzt Pekepunch äh ich schätze das und die A1 alter Pants 4 A1 Leute 50 Fuß und 600 Scheiße man Pants bloß 4 A1 Leute ich dachte ich wusste nicht die PDV nicht die Pants nein Tritti, was hört 50 Fuß hat die so und 600 Mager ein Wings in der Lauf diese Waffe hat über 60 Schuss im Senden 600 Mager ah ich hab 2DW und die Pants bei der äh mit zwei Messern alter ne komm ich da runter? wann da bestimmt gleich wieder hoch hier ist Pekepunch noch ey hier hängt ne Waffe drinnen ja das ist meine ah ja komm hinten oh das war noch das war noch ich sag das lass mich nicht nein ey die A1 ist so eine geile Kriterie oder? du musst immer online sein ach danke du musst immer online haben sollen ähh er hat nur für einen Rundfunk-Visierdruck ich habe so zwei Gälder sechs, sechs grüne Balken so, jetzt mal hier mal wieder raus gehen leuten sich in die Finale ach, guck mal, wer kommt mal hin kann man ja irgendwie überhaupt mehr machen kann ja wie übel ist, krass, Alter was heißt denn, wie man? NP5, Alter ja übel zu der Port über 14 ah, da unten drückt muss die online sein, oder ist die Blume da spielen aber wo gibt's denn Schwierhofen? ich guck mal zu krass ist das nid? ach, drei über ich bin hier runden, die wir überleben aber irgendwie bricht man noch die Kiste, Alter wie schweiner ja, der hier wohnt beim ersten Mal in Zoom ja, hab ich gesehen ich komm hier glaub ich nie mehr raus ah, ja insta-kill oh ach, doch hier ist es auch rein ich hab's nur noch messern zu ich guck jetzt mal kurz, ob hier oben das ist einfach krissi, war hier rad oben peck a punch oder kommt das erst gleich hier hoch? ach, da ist es ja das, das kommt ja das, das kommt ja das, das kommt ja auf die schnelle Tour ach, dann wär ich mal meine ah, dein Blut ist auf mir desinfizieren ein Blutzer wollen Hit ausgemacht richtig schon viele Pilte direkt in die Fresse küsst euch Herr Elkauer ja, dengangs über Terien dass ich der Pilke punche, weil ich noch punchen will ja wenn die punche ja, voll ich punche und mein das liegt gleich genau runter das ist in der Tat eine rauchende Knarre äh Max, was macht ihr dann? ja, ich hab rück mir in die los, los, noch rein Max das ist echt maximale Munition er hat mich gekratzt er hat mich gekratzt ich war einfach hier ey, Max, ich hab anlösen, hallo mal gucken, wie ist der so? Max, ey, ich hab'n S Max, ey ey, ähm ey, äh, Lucy Sally ich hab' meinen Rotpunkt-Visier steht ein S für Schockstay haha ja, da steht echt ein S ich hab' sechs Balken, Alter so'n Kumpel für's also, zwei Es-Praktis oder dreien wie man's auch nennen will umgekehrte dreien und hier sogar ein An-Ausschalter am, äh Rotpunkt also da da dran wenn ihr euch auch wenn ihr anvisiert nach Mod und An-Ausschalter ja ich glaub' Max, dann hättet es leer oh, ist das bitter für Max haha würd' ich jetzt behaupten wo bist du, Max? ist ja unten hier bei einem Ding ja, warte mal, dann könnten wir eigentlich uns auch auf Reisen begeben und ein paar Getränke holen warte mal ich hab doch ich hab doch diesen demnischen Perk hier oder den kleinen Waffenamm ja, du kannst dir doch den Wach verkaufen für sie das ist der letzte das ist der letzte Chrissy ich müsste mal pissen, Alter jo ja, mach ich mal ich nehm ich nehm ja, wenn es denn also wenn ein letzter hier ist der letzte Zombie das kann sie nicht sein das kann sie nicht mal das ist der das ist der total scale ja Pew ich væn nochvolver n d das kann sie nicht sein das das ist der das ist der total der fail mean Er kann, äh, hochausdrehen! Gut, es geht schnell auf! Knobwissen, falls er mich killen sollte! Nein! Nein! Bis gleich! Das kann's doch nicht sein! Das, das ist doch! Haben die Zombies eigentlich beim Black Ops 1, äh, Orangerungen gehabt? Weil der hier, äh, Knallen, weiße und blaue Strahlen, so. Da haben wir sogar in den Kopf fahren. Okay. Wie lang nehmen wir überhaupt schon los? Äh, einfach du! Süße! Ja, aber du hast das Problem ist! Ich hab' jetzt nix mehr! Das ist so ein Scheiß-Fail! 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 Und dann, der, ähm, dieser Spurgelaberator! Der, ähm, dieser Spurgelaberator! Der, genau, der hat nicht wieder geschleudert! Aber nicht hoch genug, aber hat uns dann wieder in der Wand geschleudert! Und, alter! Das ist so, warum stimmt, Max! Das ist so, warum ich mich nicht machen soll, Das stimmt, Max! Das ist so geil, ey! Das ist mir egal, ey! Ich hab' jetzt mal hier fett, äh, fett'n Höckchen bekommen, hier! Ja, ich hab' jetzt ja auch nix mehr! ja nur nr nr mp5 ja du hast ja alle drei Waffe den Punch das ist doch ein Scheiß hier die Rage so ich bin wieder da nr er musste er musste sich um früher auf dem Dach in der Ecke setzen und wie und ihn da muss ich mich sitzen guck mal wo ich bin hier am Weg kann ich mal informieren nr nr ja aber ich hab 3 Tonnen 2 Punkte also ich nein ja du brauchst da gerne noch ja gerne noch das ist jetzt hier warten nein ach nö ja oh es fällt runter nr ja wir warten müssen bis da noch oben ist hier noch aber wie lange willst du warten nr komm mal was wir hinten am sache nr 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 ins Gesicht ich gebe mein bestes also wenn ihr, Chrissy, wenn du Juggernaut hast oder so, ne, dann sag Doppelte Punkte was tun wir mal, ja, 800 Punkte für dich ja, es kommt jetzt noch um, Danny ja, Danny, komm ich versuche, um mich rund zu laufen, oder so, wenn es irgendwie klappt bei mir hier ne, ich höre mal hier unten ab äh, muss ich mir irgendwie noch ne eigentlich, wenn man hier alles ist, ist ein bisschen sollte ich mir das anhören oder einfach weiter kämpfen schreit äh, unten so viel meist hier, oh, schade also, ist gleich da hier kann ich nur mal ein bisschen drauf achten, siehst du ja, alles weg deswegen, ich fühlst du ja nicht, warum du da rum hierrand bist ja, Danny, hast du na, ich wollte mal umschauen, so mit, mit anderen Getränken dann bin ich halt, wollte ich mit anderen Getränken wow, Davon wachsen die Haare auf der Brust hier, liegt hier unten die MP5 okay, warte check der gleich, wo die ist ja, warte, schtinkt genau, die Rassmane blingens äh, geht eigentlich Danny, wo bist du? ich bin hier Danny, wo bist du? wir müssen ja die Rante runter die hängt gleich hier vorne du hast nötig mit mir an, Sonny ja, gerade zu ja ja, hast du? äh, die würde ich auch punch, weil du kannst ja immer wieder Muni holen, deswegen muss ich die du, wo sie ohne nachher machen Drache! steh! 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 aber wenn, dann behalte ich auf jeden Fall die AN und dann nehme ich die MP5 dazu ja, ich hab ja, äh... wie viel Frustraten die? oh, Doppelmalzbier, wer noch nicht hat reißig, Schulzratze hier unten bei der MP5 ist ein Bot Doppelmalzbier, ne? für die, die es noch nicht haben wo, 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 wo da ja, wo ab hast du ein bisschen schneller, die sind mit Strom gegangen da, AN hm hm komm, Peggy Baccio komm, komm zu Papa hm hm ja, 1040 Punkte äh... ein schlechter Tag Magdalter verpissst dich wie viel Frustraten die Christi die MP5 30 sag dir mal das Ding da weg Runde 15 wenn man das Zeug so rumliegen lässt könnte jemand kommen oder das ja, ich hab mir dir so geholt für die Uhr gleich panzen ey, ich glaub, du kannst ja noch mehr damit das Ding, komm bringt mir ihre Seele die ja, vielleicht ich hab mal eine Ding drin gepackt meine MP5 oh, der fährt runter, ja er fährt runter ich komm nicht besser, 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 besser ich komm nicht nein, ich fahre ich 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 nicht ja, guck, ich hab's ja du hast du dich mit mir anstehen der ist hier noch direkt ins Grab gesprungen magst du dich über mich lustig? oh du Haubert, stirb! sterbe! maximale Munition! krass! alle machen voll von mir jetzt hier alter pd-nivisieren, ich bleib hier hinten hier, zwei Mann müssen wir hier hin am besten zwei Mann hier hin ich bleib hier ich geh mit Danny rechts ah ne, ich geh runter ich schalte dich von unten ich geh hinten ne, ich fühl dich ja eigentlich von unten ach so, ne ne ne, hier, geh auf das Fenster, konzentrile dich hier rauf am besten, geh da rauf nein 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 was ist das, alter keine Chance instakill ich bin schon da, Danny, ich bin schon da ich hab völlig wiederbelebt ja, jetzt hab ich die alle gekillt nicht, weil wir auch Kills auch müssen ja, jetzt hab ich die alle gekillt nicht, weil wir auch Kills auch müssen weil die Runden dauern jetzt länger nein, warte, nimm die mich nein noch mal, noch mal mal ein ja, dein Blut ist auf mir desinfizieren Danny, wieder hier unten nee hier unten nein, geh erstmal so drinnen ich hab hier noch zwei für dich so, jetzt muss ich nur noch auf, äh 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 ne, Swagganox wo zur Hölle sind denn alle? Hilfe 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 Ja, warte, ich hab's gerade wiederbelebt nein, ich hab's nicht mehr besser bleiben, klar und alle Perks sind weg Zurück, Kreature ja, vielleicht nur auf den Ding 1 und Ding pbw genau wie Rassman übrigens also versucht man diese Runde 1, 1 zu lassen, damit ich mir Juggerlok holen kann da, Juggerlok ist da nein warte warte da warte wir haben hier zuversicht aber er könnte mich nicht töten die Einheiten der Züge die PDW ist auch gerade richtig wenn du mich schützt und die Köpfe sind weg ich habe mein Bobby Messer und meine gepumpte PB ich hab also ein leeres Gefühl im Magazin sind die Dampfrahmen unendlich lange oder was? Leute sind die unendlich lange die Dinger oder was? diese Dampfrahmen ja doch schon weil meine steht ja immer noch da aber man kann hier runden laufen wenn ich weiter mal runden laufen kann das war ein bisschen eng zu stehen die Tür da aber man kann hier runden laufen oh, Runde 17 kommt also schon mein 4 oder was? ne hier unten ach so unten ja ja ich wusste nicht so alle komm mal mit komm mal mit ich krieg immer den Weg hier rechts hier lang ne hier scheiße wenn wir denn hier landen und dann hier gleich wieder ja ne umgekehrt nicht so machen wenns ja ne umgekehrt nicht so machen wenns oh du mal ne nice Spaltung komm her ne so nach rechts lang ohhh ja geht also wenn du alleine übrig bist kannst du das machen wenns schreiner oh Peke fand ich werde noch nicht selber an den Clem boh so dann können wir mal den Clem ja und wenn ich 3000 habe dann werde ich mich aber immer das Bumi besser holen weil das ist eigentlich noch besser das ist eigentlich noch besser dann ist es nicht ja wenn wir wollen Hütter das müssen wirklich verhüben ja Da hält der Punkt da ist es zwei auf einen Streich so sie ich bin Claymore ja warte das war gar nicht bei den armen würde nichts mit dir zu tun bei den Ruhl wie ein leichtes Ding zu verschaffen denkt nicht mal dran jetzt sind ja die sind doch eigentlich ganz anders, ja, ganz neu Kleidung. Ich meine, die Monition ist schon wieder vorbei. Moin, ich komme ja alle zu mir hier. Man mag hier. Mein Power hier. Ich gehe keinen einzigen Schritt zurück. Danny, jetzt lassen mich zu viele runterlaufen, weil sonst sind oben zu viele zu mich. Schon im Bus! Ich hasse es! Wie teuer ist es auf die Muni? Die MP5. Wow. Komm, PDB, PDB! Komm schon, Stimme! Schmeiß ne runde Munition! Scheiße! Boah, 4500 Punkte! Kämpfe ich hier alleine bei was?! Scheiße, Rassman, das musst du dir ansehen! Da kann man Sempte gehen! Ey, kann eigentlich hier einzeln Dauer aufhalten, man! Ey, wir hatten hier Sempte, krass! Na nervus! Ich muss auf die Zähne bewachen! Nein! Nein! Aber das Schakern hat, oder? Ich muss aber hier zu, äh... Nein! Fick nicht! Echt, schuck! Warte, warte, denn ich bringe hier hin! Ich hab' keinen Bock mehr auf die Scheiße, Alter! Nee, ey, ey! Ach, Danny, ey! Danny, ey! Danny fährt ein Barschboden, der warst du Grätschdienst, nein! Ich wollt' mir ein Barschboden holen! Ist das... Ist das komplett tot, oder was? Ey, dann mal was... Ey, Danny, mal die Scheiße auf dieses Schrechdienst! Oh, bist du blöd, Alter! Ich, du, ne? 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 Ja, du bist so ne 17, Mann! Bei Wornhut vielleicht noch! Wie sieh' mal an, Sally! Nee, mein, meine Muni! Meine Muni wird langsam knappieren, Leute! Ja! Ich jungen mal gleich Spiekola, da! Das ist meine Nachlade, ey! Ich hab' nicht langsame brauchen! Was ist denn das? Schöne mal, Spiekola! Das ist ja hier drüben! Naus mit Einhorn! Oh, nein! Der war grad Spiekola! Alter, Max hat ja schon viel Getränke! Alter, Max hat ja schon viel Getränke! Ja, das sind ja schon drei! Das ist kein Zufall! Ja, ich will mir hoch gleich noch hin! Warte mal, kann man hier nicht irgendwie hochlaufen? Nur mit nem Fast, du, wa? Aber immer so eine Schuss! Alter, war's ein Einschul! Alter, war's ein Einschul! Komm mal unter hier! So ne grün Podia! Da, Spiekola! Der, ne, guck mal, hab' ich auch viel Getränke! Ja! Spiekola, warte! Jo! Ach, Spiekola, warte! Ergibt es Sinn, dass ich eine Beschleunigung meiner Sinne verspüre? Gibt's doch gar keinen Sinn, da oben! Hey, da bist du hier, Max! Hast du mal Headset-Lehrer? Ja, ich wollt' mal laden! Ja, wohl, Spiekola, Alter! Kannst du richtig schnell laden, das ist richtig geil! Ja, wer? Ich sollt' euch über meine, beunruhige, beunruhige Visionslage informieren! Spiekola! Ja, der ist grad' unten! Äh, würd' ich... Wir müssen mal einen Zombie nehmen lassen, das ist richtig für Spiekola! Das ist ein bisschen kompliziert! Leute, da haben wir am Verrecken! Da wirst du schnell nirgends bei! Ey, bei mir hängt's! Hier, kommt mal an! Nein! Ich kann mich selbst wiederbeleben, guck mal! Oh! Ich freue mich, dass meine Leistungen gewürdigt werden! Oh! Oh! Ey, Mann, das ist kacke! Ey, das ist kacke! Ey, das ist kacke! Das ist dumm! Das ist kacke! Ach, der ist kacke! Die könnten einfach dort außen umgehen! Ja, stimmt schon! Ich hab' schon mal lacht! Stinkt! Ey, ich muss mal eine Runde laufen und mir Dings holen! Ähm, sag mal who and who und ähm... Wo ist denn bitte schön die PDW? Wie komm ich denn da hin? Hier bin ich! Denny, komm mit! Wo bist du? Warum? Wie? Ach so, bei der Kiste oder was? Ja! Was war denn? Fällig, wer bleibt hier oder was? Ja, logisch! Der hat mich gekratzt! Ich brauche etwa Salbe! Komm denn hier rüber! Bring rüber! So, jetzt, ähm, ihr auf den Falsch zu machen! Ja, bitte! Haha, scheiße, wa? Ja! Medaillen sind mir egal! Ich bin nicht zu schiefen! Ich bin nicht zu schiefen! Ich bin nicht zu schiefen, Alter! Maximale Munition! Wow! Schau wie die hell! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Let's go! Denny, hast du keinen Jagger noch! Aber ich hab nur ne Waffe! Ich hab nur ne einfache Person! Ich hab ja wieder die MP rausgebracht! Das ist der Kiste! Ich habe Seng-Fech-Starter! Boah, Alter, wie die Köpfe rollen, ey! Der Kiste! Ey, die Zombies haben mehr Köpfe, als ich Spermien in meinem Leben, Alter! Du hast das für ein Wasser! Ey, ey! Der Falsch ist da! Wack! Dann müssen wir gleich aufpassen! Ja! Ja! Grüß, ich zeig... Wir lassen doch mal gleich den Zombie nehmen! Dann zeig ich dir, wo der Spicola ist! Ja! Der ist ziemlich auf der anderen Seite! Und wie schwer war's denn? Die Spicola hat 3,000, oder? Weil für die... 3,000... Das hatte ich vorhin dir eigentlich! Naja! Das kann dir helfen, ja! Weil du brauchst halt für die MP5 übel die Spicola, Alter! Danke, Max! Nein! Ach! Aua! Nein! Was ist nie los? Max! Oh, ich dachte schon, ich sterbe schon wieder! Weil er... Weil er hat halt hochgekehrt! Hier unten, PDW! So, jetzt, äh... Benni, du begleitest mich nicht unbedingt! Komm mit! Zur Kiste! Mann! 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 Ja, alter, Max! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Was war eine Zombie-Zwing? Zehn Stück! Das wie! Können du mehr abschließen! Ich versuch' mal zu sammeln! Ey! So ein Scheiß! Damit keine neuen mehr kommen! So, ich hab' 910 Punkte! Ach! Reiten können alleine reicht nicht! Dann müssen wir wissen, wie man fällt! Wir werden zum Teufel hältst du dich! Dich mit mir anzulegen! Ich versuch' die sogar hier zu sammeln! Bitte! Soweit ich zählen kann, hast du eine Gliedmaße weniger! Na, ich könnte sie überspringen! Also, Rubi! Ha! Wie man das sagt! Na, wieder benehmen! Auch wenn du Sporen trägst! Da sind sie am Spawn! Am Anfang Spawn! Christi, Maul aber gleich zusammen sind! Dann sammeln sie gleich! Ja, wieder am Anfang Spawn! Warte, komm! Schauen wir die hier! Hier komm! Komm! Wir müssen jetzt... Komm! Komm! Wir müssen jetzt... Da sind die Sequenzen leben! Weil die brauchen wir runter, Danny! Ja, komm mit! Komm mit! Komm mit! Wann ist es denn da? Na, wie jetzt die Kiste? Komm! Bist du da? Und rüber! Nein! Nein! Ja, Maul kap! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich will mich lustig! Danny, oh! Mach, 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 mach! Oh, ich bin tot gewesen! Das ist einmal ein Scheiter scheiß, Alter mit den Scheiss nerven! ja ich bin der Dampfframe, man! Die Dampfframe hat mich runtergeschildert! Ich bin rübergesprungen in den Körnernau und im Moment hat mich wieder nach unten geschildert. Lenny, geh rüber! Ich baue Sackern noch, Alter! Ich hab keine Waffen mehr! Alter! Scheiße, nein, Mann! Alles scheint schneller zu sein! Oh, ne, und Kind, Sackern noch, Alter! Ich sterb gleich, eh! 100%! Ich höre mir schon in die MP5! Ja! Äh, Scheiße, man, ist alles so gut gewesen, ey! Oh, weil ich das nicht mehr... Nein! Das ist ein Schlagern noch! Oh, komm! Trink, trink, trink! Trink, trink, trink! Haut ab, ihr Viecher! Oh, Leute, wo seid ihr? Ich hab Schlagern noch! Oh, hab ich ein Schwein, oder? Ja! Aber ich brauch nur die Punch für Wasser, Mann! Pick a Punch, müsst ihr wegkommen! Ja, ich mach die hier schon! Müsst ihr euch nicht mehr! Na, warte mal! Ich steh nach unten! Pick a Punch, müsst ihr da aus, Mann! Jo! Pick a Punch, müsst ihr da! Jo! Jo, ich hab meine... Oh, endlich wieder ne Punche Waffe! Ha! Hast dich mit dem Falschen angelegt, was? Oh, sorry! War der Letzte! Jo, eigentlich ein MP-Muni! Oh, ich auch! Und wieder gepuncht! Ah, das ist gut, dass er jetzt so schnell da war, Saga noch und Pick a Punch! Ach, scheiße, ich hab... Also, wenn das Trink braucht, Leute! Geh am besten runter! Nicht hier ohne Warten, sondern runtergehen! Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, brüch' nicht immer wieder Süße! Scheiße, ey! Na, ne, ich geh da nicht noch mal rüber, oder? Ich hab Angst, ey! Oh, halt doch, ich geh mal rüber! Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Rette mich! Warte, ich hab... Ich hab... Ach, nein, sind wir runtergefahren! Ach, nein! Warte mal! Ja, ich hab's... Ja, ich hab's... Schikola! Boah, die gibt's nicht jetzt weg, ey! Kann doch wieder sein! Warte, die... Oh, und, die... Schreierierier! Oh mein Gott! Ich werfe dich die Dampf von, weil die mich so schnell über wie sie gepostiet haben! Oh, die kann ich nicht verstehen! Nol, Aja! Nol, Aja! das geht gar nicht das darf sich keiner erzählen was jetzt hier passiert ist Scheiße, hab mich verzählt Ey, soll ich nämlich mal sagen was passiert ist? Hast du mich wirklich gekriegt? Ich komme wieder rüber, da war ne Dampframme die erste nehme ich als Schwung, die zweite auch und dann bin ich hierher geflogen wo ich eben tot war so weit bin ich geflogen, Alter Rampframme? Maximale Munition Ja, und dadurch bin ich gestorben dadurch bin ich gestorben Unlogisch, was? Nein, Teddy Ey, nee, Mann, wo ist das Wanger noch, Alter? Das wird schon da Ja, guck mal, hier oben hier oben gibt es immer noch so einen Auffanger So, jetzt muss ich aber aufpassen, Mann Ey, jetzt soll ich kein Dings mehr, Alter Scheiße, Alter Viel Punkte mehr, ey Ich hab Chagannock Ich hab Chagannock Chagannock ist unten Ich bin in die Karte runter Und ich kann die Karte noch nicht so hoch Ja, doch, ich hab zu viel Kraft Wow, du musst einfach nur in die Karte runtergehen Da Ja, jetzt ist nicht Ja, im Chagannock ist es oben Ja, jetzt ist es oben, Danny Ich bin durch Ja, ich bin hier oben, also Also entweder kommt gleich, äh, Pekka Wow, wow Davon wachsen die Haare auf der Brust Er hat mich gekratzt Ich brauche immer Salme Wir bleiben hier, ja Weil ich glaub Sally läuft da hinten zu rot Immer quatschst du mir? So, warum antwortest du mir nie? Hey Das sieht so aus Ja Echt Einigermaßen Ey, ich habe Schlüssel für ein Fahrstunde Wenn ihr trinkt was drauf Dann kann ich das Ding Welches Leid Ja, genau Ich würd noch fragen, für was das Schlüssel ist Was Schlüssel? Ich hab keine Muni mehr mehr Ja, das gibt die Schlüssel Ja, das gibt die Schlüssel Achso? Aber nur einmal kann man den benutzen, oder was? Ne, den kannst du immer wieder hin Hä, ist das in der rechts, oder was? Da reicht's aus Ach, das Ach, du verlierst ja den Schlüssel, oder wie? Nur gucken, du musst ihn anfassen Ja, ja So Für was, für was ist das? Ich hab mir den jetzt geholt, weil ich ähm Am Anfang wieder hab Also ich bin natürlich Schneiderei und rüber gejumpt Yippie 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 Alter, what the fuck Der Zombie springt einfach mal durch den Ding hier Durch die Barriere Ach, das lass ich mir nicht bieten Runter, 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 runter Ja, da kommen wir jetzt gerade irgendwie viele Was? Genau, okay, die warne Noch einer fährt den Haufen Alles gut Aber das Spurwort ist auf eine Art typisch cool Weil wenn da Zombies dann kommen Dann, dann geht das nicht Ihr müsst dann hier immer kämpfen Hier wo ich bin Hier Und ja, wenn Anfänger Hier zu schauen Von Backout 2 Jetzt haben wir Oh, lass dich mal durch hier Wo? Ja Immer Runden zu laufen Ja Boah, nee, jetzt Ich sterbe ich wegen Sally, Alter Ich glaub nicht Ja, ja, warum bist du uns gewesen? Ich hab da versucht zu sammeln, Mann Ja, weil ich äh NP-Murie brauchte Musst du mal vorher Bescheid sagen, oh Mann, man darf keinen Runden laufen Man muss einfach immer hier stehen bleiben So, ich denn Penny 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 Komm mal, irgendwie dein Tunter von euch Ja, komm mal hin runter von euch, Leute Ja, komm mal hin runter von euch, Leute So, du wüsst'n du, wer ist da tot? Ja, ist gleich hier am Leben Gut Machst du? Dass Kinder von Rom kommen Ja, genau das Nee, ist da Ich hab selber keine Muni mehr Toll Scheiße Habt ihr euch doppelt Feuer geholt? Nee, ne Nein, Mensch Ich bin doch vor gestorben, Max Ich hab keine Muni mehr War keine Muni mehr Nee, dann kommst du hier hin, wo ich bin Ja, bin ich ja Ich krieg doch, ich hab vor kein Jahr noch, aber Was willst du denn? Ich müsste gleich mal die Dingschöne oder die A ein Was bei Ihnen am Leben bitte, Leute Nein, nein Oh Ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre Sorry aber Ey, die Kiste ist hier, die Kiste ist hier oben Bei uns Oder Oder die PDW Hey, welche Kiste Ey, die Kiste ist bei uns Wo denn? Wo ist denn sie? Wo ist die Kiste? Wo ist denn der Strahl? Ach da Hinten Da geh ich ja gleich mal ran Die Kiste ist ja so anders, ich hab den nie aufgekauft, ne Ja Tut es bitte kein Zombie, oder? Ich hab mir jetzt die A ein wieder Verdammt! Ohne Munition ist diese Waffe so nützlich wie Stuhlinger Ich brauche die, oder? Ich brauche die, oder? Ich brauche den Junker Hä? Irgendwie nach seiner Kiste Wo ist denn die A ein? Wo ist denn die A ein? Ja Die müssen Ähm Wenn ihr da unten seid Kratsch du mich, dann kratz ich zurück Kann ich nicht das beschreiben? Also da ist halt dieser Drache Und da müsste er schräg hochlaufen Und dann nachher Ach ja, ich höre die A ein Ach das ist auch ein Fahrstuhl, dass das Rad der Esels tritt Leute Es ist ganz oben beim Drachen, du müsst das schräg hochlaufen Genau da Nein Nein Och ne Oh ne Oh ne ich bin verloren Na ich bin unter bei der A ein Ach gescheiden Der Trouble Och ne ey Ich hab den Dings da verfehlt, das eh ne Dings ey Och ne Och ne Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch Bewegt euch, bewegt euch Hey, dann müssen wir sterben lassen Okay, das ist doch Nichts wegen des Bescheid Ey da Ey hier im Wasser Nein, wir werden Wenn ihr lasst es Leute Äh Was besterben ist Ja wir sind ja auch oben am Arsch Weil die sind ja eingesperrt Max wir müssen hier campen, Max wir müssen campen Max wir müssen campen Ich Och Insta-Kill Du musst mit den Konsequenzen leben Alter Los Und raus Wo seid denn ihr, man? Wir haben keine Chance Wir haben keine Chance Wir haben keine Chance Du bist der Löwe Ich seh das Warum habt ihr noch den letzten Zombie getötet, ey Ach Denk nicht mal dran Ihr habt Affen, Leute Ich muss mal in Anfahr Ja wir, wir habt den Affen irgendwo anders sind was Ich hab nur 5000 Punkte, Alter Dann kriegst du auch aus dem Saga Wenn das klappt Nein, Mann, ich will doch eigentlich nur ein DM haben Ach MCs Ne, das ist toll Schade Der ist eigentlich groß Der ist eigentlich groß Der ist eigentlich groß Der ist eigentlich groß Max, Alter Werfen Affen Werfen Affen Werfen Affen Max wir gehen irgendwo anders hin Werfen Affen Oder so Mach so bisschen Lass mich, lass mich alleine Dann mach alleine die Runde weiter Schafft er doch, werfen Ich komm durch ja Werf mal Affen, Max Oh, ich hab da keine Chance Boah, Alter Werfen Nee Ich bin, ich bin grad übel gespannt eigentlich, weil ich will da nicht Max 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 mal zwei Maximale Munition Max, rechts, links, rechts Links, rechts Wir können mich mal an Affen werfen Das bringt nicht, das ist wenn Wer ist groß Wer auf der anderen Seite zur Kiste Äh, der Aufzug ist da, wenn Naja Ja, das ist weg Max Max Max, geht da runter, geht da Max, geht da gleich runter, Max Geht feier mit Fass Freaks Nein, jetzt geht rechts runter Nein, da noch nicht Dazu zum Aufzug Hör Kanzler 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 Bedeutung Kanzler 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 Ach, ich weiß nicht, warum die so groß werden Und die Waffe, wenn man überpowered ist Tja, das fiegt jetzt die nächsten 3 Minuten so. Ja. Nein, er ist tot. Ja. Er wird also am Camp rein. Ne. Hä? Hä? Achso, wieder Überlebung. Haha, da ist der andere Perk, doll. Ja, aber so schön. Ne, keine Chance. Ne, keine Chance. Ich hab mich grad irre gewundert. Scheiße. Ja. Runde 21. Nicht ja, ja nicht so schlecht. Nicht gut. Mensch. Puh. Es war auch ne heiße Runde. Über eine schon haben wir gespielt. Leute. Hm. Boah. Du musst dann einfach bei den großen Schlechten müssen sie dann an der Wand campen. Sonst. Ja, das haben wir eigentlich auch gemacht, aber vorhin war ein bisschen scheiße. Immer würde ich nicht das scheiß Katapultisch stormen. Und? Das ist kein Sinn. Immer würde ich das jetzt scheiß Katapultisch stormen. Scheiße. Ich beende dann so mal die Aufnahme. Ja, eigentlich zweimal. in einen weiteren Zombie-Adventure. Vielleicht beim nächsten DLC Pack. Ja. Ihr seht uns. Ciao, euer Schoxweg. Ja. 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 Ja.